So, ich hab dem Tyrox jetzt mal bei Whatsapp geschrieben, wegen Aion Aufnahme, da er bei Discord nicht geantwortet hat. Und wir gucken einfach mal weiter. So, ich werd jetzt erst einmal... Die machen wir komplett aus, ich schläg Musik dahinter. So, da muss ich mir noch eine passende Musik dazu überlegen. Aber ansonsten, ja, schöne Kampfmusik oder sowas. Wir gehen jetzt die nächsten Aufgaben erfüllen. Das heißt, wir müssen eine Kura Doppelklinge töten, ein Kauzikholz und ein Ambossgesicht. Die hören sich ja so merkwürdig an, die Dudes. Aber sowas von, ja, krieg ich schon mal hin alleine. Die Instanz hätte man bestimmt sowieso alleine machen müssen und nicht als Gruppe. Also, ja, und hier unten wartet aber auch schon der Erste. Da ist Kura. Ey du Ascher, was fehltst du mit deinem komischen langen Ding? Kompensierst du damit irgendwas? So, das ist Kura Doppelklinge. Klinge. Los, die schauen wir jetzt weg. Oh, was? Was ist denn hier los? Alter, die machen mich ja fertig. Ja jetzt hier aufs Korde segne. Geh' они da, rein! leck mich fett waren die stark holy macaroni hier warte mal ich muss da noch welche töten Jotunwerkstatt oh ja da muss ich sowieso hin genau aber holy warum so viele auf einmal die waren ja übelst stark ja komm teleportier mich dahin ach du scheiss Der kommt auf mich zu! Geh mal weg! Ach, hier muss ich auch noch alle killen! Mystic Chakra Oh nee! Was sind das für Dudes? Ich hab ob es noch 35 Tränke Ist gar nicht gut Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut Äh, hab ich noch... Ja gut, dazu muss ich stehen, das weiß ich Äh, lass mich da hoch! Scheiße! Ähm... Da! Was haben wir denn? Was? Nein, mich hat nichts gesehen! Nein! Gut! Ähm... Stell schon eure Gaki wieder her! Ja komm! Einmal essen! Was soll ich mal brauchen? Guck mal! Ich hab hier halt einfach mal alles voll! Ja komm! Einmal freikaufen! Äh... Äh... Platten und Schadee war ausgerüstet Guck! Das brauch ich nicht! Äh... Ausgerüstet ging schon besser! Ausgerüstet ging schon besser! Ausgerüstet ging schon besser! Ähm... Nein! Äh... Scheiße! Ich weiß halt partout grad nicht was ich machen soll! Ja komm Müll! Müll! Die machen wir da hoch! Keine Ahnung für was das alles ist! Ich nehm einfach mal jetzt hier! Äh... So! Haben wir noch irgendwas was ich einnehmen kann? Der ist mir zu schwach! Wir können in Müll! Die will ich nicht haben! So und so! Rüstungsteil kommt dort hin! Dorte hin! Dorte hin! Hier genauso! Rüstungsteil und Waffen alles nach oben! So! Was ist das? Odellapulver kann Abstief 10 benutzt und wird bei der Fertigkeit der Kordebauern aufhören! Kann nicht direkt benutzt werden! Toll! Aber ich bin wieder fast da! Das heißt... Ich muss mal ganz kurz im Discord was gucken! Ich dachte er wäre gekommen! Leider nicht! Ja! Wir werden uns als erstes diesen Handwerker vorknöpfen würde ich sagen! Oh! Das Kauziger Holzdud! Wir nehmen uns als erstes den vor! So! Geronimo hier! Ruff! Das war's schon! Das war's schon mit dem... Hier äh Ja gut, alles klar Cyclopen Ingenieur Bei dem ist nichts drüber Aber bei dem tut dort drüber Beim Handwerker Na los Trophia So, der ist down Ach, das sind die Knochenbrecher Oh Leute, das sind gleich schwer Los, Trophia Alter Hör doch mal auf mich umzumieren, du Opfer Na guck, das hast du davon, wenn du mich angreifst Arschloch Jetzt nehmen wir uns den hier mit einem Hammer vor Der macht bestimmt ein bisschen mehr Schaden Ich hätte gedacht, der macht mehr Schaden Aber gut Haben wir schon 3 von 5 Hier ist so ein Ingenieur Das scheint uns nicht anzugreifen Das ist gut Was mit den Ingenieuren dort ist Keine Ahnung Den da greifen wir jetzt an Ja gut, übertreibst halt, du Da warst du da Da ist noch so ein Knochenbrecher Aber wir schnappen uns den hier vorne Der läuft mir so kacke im Weg rum Übertreibst halt Ihr habt kein Ziel ausgewählt So, äh ja, das machen wir dann gleich später so Wir müssen jetzt in die Richtung So, da wartet noch das Ambossgericht Da ist er, der Dude Na los, ja Ja, klatschen morgen Äh, ja klar ist mir nicht getan Und trotzdem haue ich dich um So, und jetzt? Äh, sofortiger bricht Okay So, keine Ahnung wo wir jetzt hinkommen Da drüben ist auf jeden Fall diese geheime Bibliothek Äh, mir wird auch keine Questleiter angezeigt Wie viel fehlen wir denn jetzt noch an XP 2 EP 100% wiederhersteller 2,8% Ja komm, wir kämpfen einfach mal Also hier hab ich... Habe ich da jetzt irgendwas bekommen? Ne, die... Meine XP sind voll Aber wie komm ich jetzt hier raus? Aha Ich soll wieder irgendwas umhauen Ich brauch ne Energiequelle Das da Der hat aber einen langen Bart Was? 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 Ja, ist klar Komm schon gut Ich kann auch so ne cooler Zeit Hast du gesehen? Ja, ey Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich bin gleich da hin Ich bin gleich da hin Ich bin gleich da hin Da war mal weg vom Fenster würde ich sagen Ähm Rückkehr zum Start Ihr werdet am Anfangssender von Udos Tempelgruft wiederbelebt Ja, müssen wir ja dann machen Wollte ich sagen Ähm Der Dude ist mir ein bisschen zu stark Aber gut Wir sehen uns in der nächsten Folge Da werden wir nochmal loslegen